Hallo Leute, da bin ich wieder, Emre 70 am Start. So, erst mal Entschuldigung, dass letzte Woche kein Dragon's Dogma gekommen ist. Ich war leider etwas krank und nicht kriege ich aufzunehmen. Aber heute geht's weiter, wie gewohnt, immer Montag, Mittwoch und Freitag mit Dragon's Dogma. Ich muss überlegen, was wir machen sollten. Wir wollten... Moment, wir gucken mal schnell. Aufträge. Die besetzte Festung Lindwurm jagt auf. So, Kobolde haben die Zitadelle des Südwestens besetzt. Erobert dieses Bollwerk zurück. Uff, ich kann mich erinnern. Oh Gott. Na, da bin ich ja gespannt. Jetzt müssen wir erstmal wieder laufen, laufen, laufen. Ja. Da ist... Mal gucken, hier mitten in der Nacht, wenn wir hier rumeiern. Warum ist denn das jetzt stockduster? Ich hab das dumme Facebook noch an. Ey, da oben ist eine Kiste. Seht ihr das? Ich will die Kiste. Wie kommt man denn da rauf? Wahrscheinlich von da, oder? Da bummelt jetzt was. Ja, was ist denn da los? Ähm. Da. Was macht ihr denn? Achso, du bist schon gestorben. Ich höre sie. Hört ihr sie? Ach, das ist genau vor meiner Nase. Das ist schön, dass wir triumphiert haben. So. Ich sehe gar nichts. Bist du dir sicher, dass die Straßen sicher sind? Ich bin nicht der Meinung. Ich kann mich erst mal wieder orientieren. Ich hab mich gerade, äh, Skyros nicht gebildt. Und aufge... Verstummungsfeile. Können die mal bitte Sprengpfeile haben? Ja, ne? Solange wie wir die Zielkristalle nicht haben, der liebe Konzo hat mich erstroffen, die müssen, und ich weiß es ja auch, ist es eine elmenlange Lauferei. Eilgebräu. 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 So. Könntest du die Dolch wieder wegpacken? Die brauchen wir jetzt nicht. Äh, nein. Nein. So. Mal schauen, wir können ein bisschen rennen, ein bisschen geht. Leider haben wir ja noch nicht so viel Ausdauer. Wann habt ihr Zeit, was aufzuheben? Wir laufen hier rum. Geh weg. Ups. Und schon ist die Ausdauer wieder im Arsch. Weiter mich. Sind hier wieder so komische Wölfe? Verdammt. Würdet ihr bitte angreifen, muss ich hier alles alleine machen? Wir haben eine Magierin und zwei Krieger, okay. Genau, ich hatte ja, ähm, mich entschieden, äh, ein bisschen zwei Stufen über uns zu nehmen, weil wir ja nur verreckt sind. Ups. Okay, das macht, also zwei Stufen, das macht schon viel aus. Ups. Macht schon viel aus. Ja, ihr macht das mal, ihr seid doch... Jetzt läuft der weg. Was für eine Schande. Gibt mal das, weil weiß man, weil das mal brauchen. So, alles muss ich hier selber machen. Okay, der war schon fast tot, ne? Haben wir's? Gut, dann weiter. Ich hör doch noch einen, oder? Na klar, da. Schleicht um uns herum. So, wiedersehen. So, jetzt hoffe ich mal, dass diese blöden Banditen nicht wieder da sind. Könnt ihr euch erinnern, wie oft wir bei diesen Banditen verreckt sind? Das war ja nicht mehr feierlich. Mal schauen. zap zap zap. Also, zumindest ist da oben kein Stein, der runterrollt kann. Sieht ja ganz gut aus. Die... Ich wollte gerade sagen, die Chancen stehen gut. Warum treffe ich denn nichts? Mach die fertig. Los. Magierin. Los. So. Oh, die hat schon eine Power, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir eine Erzmagierin genommen, oder was haben wir genommen? Ja, das ist schön. Die ist eine Sammlerin. Die Kohle lasst da liegen. Na, ihr seid ja komisch. Ich hebe doch zuerst die Kohle auf. also bist du da. Eingeartig? Ich finde es eigenartig. Was denn jetzt schon wieder? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, versteckt er sich. Komm her, du Feigling. So. Oh, aber wir werden langsam besser, ne? mit den Bogen? Das machst du schon, ist gerade bemerkbar. Na Gott sei Dank. Denn so ein Sterben wie da, das dulde ich hier nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah! Stopp einfach. Wiedersehen. Und gib mir die Kohle. Ich bin, ich bin ein armes Mäuschen, ich brauch die Kohle. So. Ach, ich bin ja kein Mäuschen, ich bin ja ein Kerl. Ups. Schon geplündert? Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Ja, natürlich sind sie alle wieder da. Schöne Freizeitbeschäftigung. Oh Mann. Ich will hier lang. Was redest du denn für ein Schwachsinn? Lass mich vorbei. So. Ups. Oh, die Magierin ist mal richtig gut. Da habe ich ja eine richtig gute genommen. Richtig. Ich habe richtig Power. Heilige Bim-Bombs. Wow. Sakura, du bist echt cool. Du bist ein bisschen klein, aber ansonsten alles gut. Habt ihr was für mich? Er hat... Ey, warum haben Banditen keine Kohle? Was für Weicheier. So. Ich habe keine Brille auf. Stehen da? Welchen? Lass da. Oh Mann, das kann wieder mir passieren. Hallo, Hilfe. Los. Angreifen. Das ist wieder so einer mit dem Schild. Komm, stirb. Stirb, stirb, stirb. Und lock mal auf die Mütze. Ja, wiedersehen. Schieß mir ihn in die Beine. Komm. Aua. Hörst du? Ich kann das. Auch so wie du. Viel besser. Aua. Mach mal diesen blöden Krieger fertig. Ja. Nieder mit ihm. Aber wir sind... Ups. Hohohohoho. Habt ihr das gesehen? Hey, na, du bist ja drauf. Ich glaube, ich habe eine Erzmagierin genommen, oder? Hey, die hat eine Power. Die, was fallen lassen? Ach, gib mir das Fuß Eisen. Da können wir Dietrich hier draus basteln. Da oben, glaube ich, liegt noch Kohle. Die nehmen wir natürlich mit, ne? Ja, Und was ist hier? Gib mir das. Keine Ahnung, für was das gut ist. Ey, da laufen noch mehr rum. Ey, wir wollten ganz gemütlich zu dieser Festung laufen, oder? Hab ich das nicht gesagt? So eine Nachtwanderung. Ich gehe dahin, wo es mir Spaß macht. Das geht sich nichts an. Los, Hilfe. Äh, hier, Hilfe. Mach mal Feuer. sind sie. Ja, die macht einer. Das geht jetzt schon verdammt schnell, ne? Wo ist denn da noch? Da ist da noch einer. Ja, ich sehe das auch so. Wahnsinn, was geht denn hier ab mit denen? So, dann wollen wir weiter. Da können wir gleich noch einen Stopp machen bei der Festung. Ja, da machen wir jetzt auch gleich Halt. Wenn die uns hier einfach so... Oh! Oh! Das sind ganz schön viele. Ich hab's ja schon mal gesagt. Los, angreifen! Oh Gott! Das sind ein bisschen viele. Uh, das ist ja meiner. Ja, ich mach doch. Ich mach doch. Ihr wisst, ich bin Bogenschütze. was sind denn das für... Jetzt hauen die alle ab. Ey, wie sind die denn drauf? Feiges Gesocks. Komm her, hier. Komm her und kämpf. Nicht alle, einer. Und lasst meine Magierin in Ruhe. So, hier hopper. Ich blick überhaupt nicht durch. Mach mal den hier. Komm. Hohohoho. Ey, die haut mit... Der Magier ist ja immer so, ne? Wobei, wie gesagt, ähm, wenn er seine Zauber mal durchbringt, ist ja der schon wieder megamäßig. Und die ist erst Level 21. Wir sind noch nicht fertig. Seht ihr noch, wie viele da sind? Meint nicht, dass ihr euch ausruhen könnt. Die müssen hier auch alle noch wieder gemacht werden. Oh, das ist wieder so einer mit dem Schild. Oh Gott. Beschäftigt die, dass die Magierin hier ihr Ding machen kann, wo wir beruhigen. Hörst du auf, dass die Magierin in Ruhe. Ich werd sauer. Ups. Ich sollte vielleicht mal aufpassen. Komm her und lass die in Ruhe. Oh, das ist nichts. Gib mir die Kohle. Was haben wir denn hier noch? Also, die mit dem Schild, die gehen wir schon echt auf die Lüfte. Komm her. Bastard. Nieder, 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 nieder. Küm, der frisst dir, den Kümladen. Dann verflickst du noch mal Hilfe nicht. Nieder damit. Hey. Ups. Was war denn das jetzt? Komm her. Stopp. So. Huh. Ist hier noch was? Das tut. Au. Ich schieße sie ans Knie. Was war ein Trottel? Ja. Ach so. Na, das war doch, also es ging zumindest besser als das letzte Mal. Das müsst ihr schon zugeben, oder? Also, ganz so blamiert habe ich mich nicht. Der sind immer noch welche. Was ist denn? Hast du dich falsch versteckt? Schnarchnase. Los hier. Angreifen. Magierin, warum stellst du dich denn da an vorderster Front? Ingrid, du bist fast tot. Jetzt kriegt ihr den Zauber. Das dauert halt so lang, ne, mit dem Zauber. Oh, sie ist hinüber. Verdammt. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Eieiei. Ich dachte mir, die kriegt keinen Zauber durch. Dabei ist die verreckt. So ein Scheiß, so ein Blödsinn. Ich sehe immer noch welche. Mann, die sind ja wie Schmeißfliegen. Wie viel kommen da? Oh, schon wieder einer mit dem... So, komm her. Ey, jetzt kriege ich aber richtig auf die Mütze. Was ist denn hier los? Ähm. Ab ins Kreuz. Auf dem Boden liegt noch mal nachtreten. Was ist los hier? Ah, nicht runterfallen. Okay, jetzt ist er runtergefallen. Ja, hüpft ihr hinterher. Ich heb mal die Kohle auf. Boah. Seid ihr fertig? Jetzt wird nicht gespielt. Jetzt wird gearbeitet. So. Wollen wir mal gucken. Dann gehen wir mal da rein. Hallo. Ah, da lebt noch einer. Ups. Ich dachte, ihr seid fertig. Was macht ihr denn? Ihr sollt nicht spielen. Mitkomm jetzt. Ja, wir gehen erstmal schnell hier rein und holen uns noch kurz fix was. Wir reden jetzt hier auch noch mit Keimen. Wir gehen jetzt hier einfach mal kurz. Ja, genau. Die lassen uns nämlich einfach rein und wir schleichen uns jetzt da einfach mal schnell vorbei und klettern auf ein Türmchen. Und dann gehen wir weiter. Lasst mich in Ruhe. So. Das nimmt man euch ohne weiteres ab. Na gut, Gott sei Dank. Keine Ahnung für Pomp. Ich bin Mann fürs Wesentliche. Ja. Ich bin ein Individuum. Ja, dann dann rät mit Taten und dem Freistellen. Mit Taten und dem Freistellen. Ich bin ein Individuum. Ich unterwerf mich doch nicht, bist du bekloppt. Ich muss überhaupt nichts. Du bist doch nicht ganz dicht. Fahnen wählen. Der erste bedeutet, die Konkurrenz auszuschalten. Solltet ihr uns von einem Verräter befreien? Die Gruppe ohne meine Erlaubnis verletzt. Hm. Es ist eine gleiche, wie ihr wählt. Tut eins davon und ich werde euch als Person mit eigenem Willen anerkennen. Oh nö. Ich will jetzt nicht. Ich muss erst mal hier den Berg rauf. Ey, meine, meine. Ja, wir wollen gar nicht kämpfen. Wir wollen überhaupt nicht kämpfen. Wir wollen jetzt hier bloß mal nach oben hechten. Ja, hier geht's irgendwo. So. Ups. Drachen-Duftwasser-Abwehr. Oh Gott. Irgendwo ging das doch hier rein, oder? Ja, da hinten. Denn ich glaube, den Quest von Steffen haben wir schon angenommen, ne? Also können wir jetzt auch... Bandits-Master. Pray, be careful. Ja, lass sie uns ein bisschen beklauen. Komm. Ups. Das war doch... Jetzt hab ich mich verlaufen. Schöner Mist. Hier lang, oder? Die Tower würde eine commanding-Vieber. Vielleicht können wir sie abschalten. Diebesmaske. Ich bin ein denkbar schlechter Dieb. Zerab, 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 zerab. So, das war irgendwie... Oh Gott. Gott sei Dank kann er sich besser festhalten, als ich mich. So. Wir müssen da... Nein, nicht nur. So. Rauf da, mein Junge. Immer an der Wand lang. Immer an der Wand lang. So. So, genau. Wir hatten für Steffen schon das. Ups. Rippen wir da mal runter. Und dann gibt's hier noch irgendwo... So. Irgendwo noch ein, glaube ich, ein Lazarus-Splitter. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir können ja mal gucken. Schauen, schade. Äh, hier geht's nicht lang. Immer dieses Verlaufen. Hey, da liegt Kohle. Wo kommt denn die her? Warum lasst ihr das Geld liegen? Ihr hebt doch sonst allen Dreck auf. Ups. Nee, hier war es nicht. Es war irgendwie so ein Turm. Und da drüben? Hm. Na gut, dann gehen wir mal runter. Da drüben. Hey, geh mal weg. Lass mich durch, Ingrid. Ganz simpel und einfach. Alleop. Genau. Wusste ich doch. Hier war doch da so ein. Her damit. Weil davon werden wir noch sehr viele brauchen. Und dann auch. Machen wir's mal. So. Huppen wir hier mal runter. Ja. Mehr als sterben können wir nicht. Wo sind wir denn? Ist ja egal. Wo können wir hier? Komm, stell dich nicht so an. Huh. Hat doch geklappt. Weil. Dann gehen wir mal hier Richtung Festung. Ich sehe jetzt keinen Schau. Okay. Warum müsst ihr alles kaputt machen? Normalerweise bin ich dafür zuständig. Gucken wir mal. Nachts tanzen doch da immer die Goblins, oder? Na klar. Hallo. Ah, jetzt. Razzifazzi. Da auf dem Boot ist doch auch einer. Ich hatte dich doch gesehen. So. Da ist irgendein. Da rückst du wohl auf. Hörst du auf, mit Steinen zu schmeißen? Ich habe es genau gesehen. So. Da ist doch noch einer. Wie sehen wir das? Dann läuft doch noch einer rum. Oh. Einen Zauber, ne? Die ist ja schon hardcore. Hammers. Na, Gott sei Dank. Gib mir den. Ein Boomholz. Schieß mich tot. Da laufen noch mehr rum. Gucken wir mal, ob wir hier noch was mitnehmen können. Haben die hier irgendeinen Schatz gehabt? Ja. Ja, Kiste. Her damit. Tausend Gold. Erzklumpen. Erzklumpen. So. Gib mal her, hier. Ups. So. Hey, ich sehe nichts. Das ist alles... Lens Flares. Goblin! Dann erworben wir jetzt hier uns hier den Strand lang metzeln. Würdet ihr bitte mal was tun? Hallo. Für was habe ich euch mitgenommen? Zum Ausfuhl sicher nicht. Jetzt. Los. Seit wann hat ein... Was? Stärkungsmittel? Ihr habt noch nichts getan und heute ein Stärkungsmittel? Wie seid ihr drauf? Da bin ich völlig dagegen. Sie mit ihren Zaubern, ne? Die ist sehr hardcore. Haben wir sie? Da ist da noch einer. Hör doch auf, Verstärkung zu rufen. Stirb mit deiner Brut hier. So. Ich würde mal sagen, hier mache ich mal einen kurzen Cut und beim nächsten Mal gehen wir weiter. Ich weiß ja nicht, wo wir sind. Wir sind jetzt... Wir müssen da hin. Okay. Ja, wir gehen mal hier so und dann querfährt ein Feld aus. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich würde sagen, so machen wir das, ne? Ich sage danke fürs Zuschauen. Eure Emre 70. Bye, bye.